Coach ist mit mir hier unterwegs, grüß dich. Fackel ist kaputt, ähm, ja hallo. Hi, und, und, und Xa baut daheim in Seenruhe, jetzt ist es ganz schön dunkel. Genau, beziehungsweise so wirklich bauen würde ich das nicht nennen, weil ich sehe hier gerade nichts und ich habe irgendwie meine Fackel verlegt. Ich, wir auch. Ja. Das ist toll. Hi Coach. Ich liege hier drei Spinnen vor mir, aber ich möchte jetzt im Dunkeln nicht weiter rangehen. Wo sind die denn? Direkt vor mir, so da an der Felswand, so ziemlich. Ah, die kriegen wir hin, komm schon. Ich sehe nix. Ja, das wird aber je näher ich rangehe, wird das auch nicht gerade hier. Wird nicht heller, ne? Drückt auf Aufnahme, zack, Fackel 1 kaputt, zack, Fackel 2 kaputt, super. Das ist geil. So, mein Chef. Das ist eine tolle Idee, komm, die schaffen wir, ey, ich sehe hier nix. Ich, ich, ich sehe. Das ist dunkel wie ein Bärenarsch hier. Ich sehe was. Und die Spinnen, hier, die Spinnen hauen sie hinter mir kaputt, die spuckt mich an. Ich sehe auch nix. Ah, jetzt, jetzt sehe ich sie. Jetzt ist sie hier vorne, da, tot. Meine Herren, ey. Ja, ich, äh, ich übrigens auch gleich. Gut. Hä, was war das? Scheiße! Ah, das Spinnengift, ja, weil die hat mir so viel eingeschränkt. Ah, wie das auch so. Ich soll hinlatschen. Ne. Ach, verdammt. Ah, ich hab sie. Bist du tot? Ja, dann, ja, ja, ich muss, ich... Oh. So, wenn wir mal eben... Steinschwerten... Irgendwo kommen noch mehr Spinnen her, ich sehe nur nicht, wo. Ja, äh, war keine glorreiche Idee, da jetzt so im Dunkeln die anzuleiben. Oder ist das noch das Spinnengift, was wirkt? Ich werde als hier weiter, irgendwie verliere ich als weiter... Ja, ja, das ist das Spinnengift. Ach du Scheiße. Voll, 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 voll scheißige Idee, die anzuleiben im Dunkeln. Ach, das war doch gut. Hat Spaß gemacht. Ja, ist auch gut gefallen. Irgendwo kommt hier noch Rotz hergeflogen. Hm. Ja, komm, aus dem Stein raus kommt irgendwie Rotz geflogen hier. Was ist denn das für... Machen wir den Stein noch kaputt. Oder ist das der Felsen? Ich weiß nicht. Hier irgendwo... Irgendwo wird... Wird gespuckt, da, da ist sie. Du Ratte. Nimm dies, nimm das. Warum habe ich... Warum habe ich gewusst, dass das so ausgeht? Und wieder lebe ich. Ja. Komm, also angreifen, die schaffen wir. Ja. Ich weiß gar nicht, was Coach hat. Deine Leiche liegt hier übrigens noch sehr dekorativ rum. Ja, ich eile. Frage mich nur, was hier so brüllt. So, das ist, glaube ich, wie dieses Skelett in der verlorenen Stadt da. Ich finde ja, das hört sich irgendwie an wie so ein... Wie so ein Psycho... Wie so ein Psycho-Ziegel. Psycho-Ziegel. Darf ich euch mal zwei Tipps aus dem Chat vorlesen? Ja. Nur du. Komm her, David. Ähm, zum einen, die roten Flecken zeigen, äh, aus welcher Richtung man angegriffen wird. Das ist ja ein Ding. Ja. Das ist richtig, aber im Dunkeln, wenn du nur 10 Sekunden wieder weit kommst. Gut, bei mir war es schon nicht mehr so dunkel, wo ich noch gerätselt habe, aus welcher Richtung ich angegriffen werde. Äh, das insofern... War der Zweifel? Ja, das ist auch gerade gesehen. Okay, Tipp Nummer zwei mit der Lanze gibt einen Sturmangriff. Ja, das habe ich, äh, schon, äh, sogar auch schon eingesetzt. Na gut. Aber das ist bei den Spinnen so ein bisschen schwierig. Weil die insgesamt doch relativ... Schreck mich doch am Arsch, wie viele Spinnen sind denn hier noch, Coach? Komm wieder. Wo ist der Matze, wenn man ihn braucht? Ich bin hier, hallo, hallo, hallo. Ja, so wegen Spinnen und so, weißt du? Dachte ich mir jetzt gerade so... Ich kann das sowieso nicht für gut heißen, dass du die da alle irgendwie kaputt machst. Ich will ja nur so ihre Fäden haben. Ja, nix, dann bau dir den Glaskasten im Terrarium, setz dir rein und bitte sie darum. Ihr findet doch eine friedliche Lösung. Ich bin nicht tot. Oh, süß, dann können wir Schichtwechsel machen. Ich bin gleich wieder da. Ist gut. Oh, ich regeneriere. Ich regeneriere wieder. Ich bin übrigens sehr empfindlich gegen Pfeile. Gegen Pfeile? Ja. Ich habe so viele Bögen und so viele Pfeile gerade dabei. Ja, du bist ja perfekt ausgestattet, Coach. Komm, geh lieber bauen, das kannst du. Jetzt im Moment habe ich sowieso, wieso bist du gerade umgefallen? Ich? Ja? Ich stehe hier. Achso. Komm hier wieder zurück, hier ist nämlich auch gerade wieder ein paar Spinnen mehr hier. Ja, ich kann dir jetzt gerade gar nicht helfen. Ich habe immer noch recht wenig bis gar kein Leben. Ich werde dir keinen helfen. Noch hast du Ruhe. Ja, warte, ich rufze mich mal die Maus. Was, dieses Gebrüll hier. So dezent und gruselig. Na ja, Psychoziegel. Die lacht dich aus, weil du an der Spinne gestorben bist. Du hast Fantasy Fire hier deaktiviert, ne? Ja, ja, ja. Kade, eigentlich. Das war jetzt nicht so überzeugend, Koja. Findest du? Äh, ja. So, komm Spinni. Spinne. So, jetzt ist hell, Coach. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Nee. Jetzt sehe ich auch, wo sie sind. Hier kommt die nächste gleiche. Und Attacke. So. Au, sag mal. Wird schon wieder angegriffen. Wie viel Spinnenseite habe ich denn eigentlich mittlerweile? Ich habe 112 Fleisch und nur 36 Spinnenseite. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe 32 Teile und auch eine Million Fleischteile hier. Das ist ja unglaublich. Die Spinnen greifen an. Die Riesenspinnen greifen an. Da gab es auch irgendeinen schlechten Horrorstreifen. War denn das? Arachnophobia. Arachnophobia, genau. Arschgack. Unerträglich. Unerträglich. Ja, Coach, hier drüben ist ein Riesenspinnensammelsurium. Wo bist denn du? Wenn du zur Wand guckst, links. Ah, ist da. Auch da. Ich habe da irgendwie, ich... Hast du Lust? Also ich... Weiß nicht. Ich glaube, die haben Lust. Oh ja. Und die Nächsten. So, da haben wir eine. So, da hat man auch. Axt. Die ging relativ easy. Die da hinten drüben waren irgendwie... Oh, die gab jetzt mal wenigstens noch ordentliche Menge. Ich habe jetzt, äh... Was habe ich jetzt? Achtentwürdig. Achtentwürdig? Achtentwürdig. 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 Ja, okay. Ich habe sechsundfünfzig. Vierundsechzig. Achtentwürdig. Oh, geht gut. Hat einen Lauf, aber ich habe vierundsechzig Fleisch. Ja, komm, die... 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 Die ganze... Die droppe ich gerade raus, weil ich... Ja, das bringt nichts, ne? Wir haben... Fleisch haben wir ja... Oh. Jetzt habe ich was. Der, dieser... Dieser... Wenn du was markierst und mit O rausschmeißen möchtest, dann wandert der Punkt ja immer weiter. Das ist voll fies. So. Wie groß dieser Sack wird. Sehr schön. Der ist geil, oder? Das finde ich gut gemacht. Der ist gerade der Sack vom Weihnachtsmann hier. Warte mal. Stell dich mal daneben. Stell dich mal daneben. Das ist ganz gut gerade. So? Ja. Ruhig daneben. Also so zeitlich von mir aus gesehen. Genauso. So, so. Super. Ja, genau. Und... Recht freundlich. Sehr schön. Sehr ausgutig. Sehr ausgutig. Weihnachtsmann. Das ist ein Riesenvonkel hier. Mit 3000 Fleisch drin. 49 Objekte sind da drin. Müsste mal gucken, wie groß diese Säcke noch werden, wenn man da noch mehr reinschmeißt. Ach, hier ist schon wieder eine. Uhu. Hinter uns. Oder was? Wieder zurück? Da sind ja... Wieso sind denn da in der Felsformation? Däuft sich. Stimmt. Ja, ich sage ja. Hier, Koja. Vor allen Dingen interessant. Wo kommt plötzlich der ganze Stoff von dem Sack her? Den keiner im Inventar hat. Das ist richtig, ja. Vielleicht ist das so eine unendliche Materialquelle. Ein magischer Sack. Du musst Fleisch ernten. Brauchst es in den Sack rein. Und wenn der richtig groß ist, dann erntest du den Sack und hast plötzlich Tierhaut oder sowas. Mhm. Ja, das stimmt. Ich müsste, wenn ich den Sack ernte, dann erstmal neben den 100 Fleisch noch Stoff dann haben, ja. Das ist in der Tat ein Phänomen. Koja und sein magischer Sack. Der magische Sack. Kia. Bitte dich. Koja und der magische Sack, ja. Das ist der Titel der Folge. Der magische Sack ist dein Coach, oder wie? Der magische Sack ist der alte Sack. Das ist was anderes. Ach so. Ich hole sie mir. Wo ist sie hin? Weg, ich habe sie geholt. Ach, genau. Für den Sack gehen bestimmt die Spinnenseite drauf. Musst mal gucken. Wenn du keinen mehr im Inventar hast, ist das geklärt. So, Spinne. Bald im Kino. Koja und der magische Sack. Das klingt irgendwie so nach so einer Folge von drei Fragezeichen. Ja, sowas, ja. Die drei Fragezeichen und der magische Sack. Was? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich glaube, da ist bei dir und das Kopfkino angesprungen. Wollte mal hier reingucken, Coach, was hier so ist. Oh, das ist ja schön. Spinne, woher aus? Ach so, ja. Das ist hauptsächlich schön. Die Schlucht ist ja cool. Spinne. Ja, mach doch. Oder sind es mehr? Ja, es sind ein paar mehr hier. Okay. Also, Seide kriegst du mit dem Schwert am meisten raus, den du inbringst. Echt? Ich habe jetzt schon, jetzt habe ich 94, aber jetzt. Ja gut, ja, ja, okay. Dann hau ich mit dem Schwert halt weiter. Ja, muss mal gucken. Also, bei mir, ich finde, du holst doch mehr Fäden mal aus. Mal schauen. 84, 96. Oh, ja. Wird man hier verdorben? Ah, nee, es gibt einen Sandsturm. Super. Ach, die Geschichte wieder. So, jetzt habe ich... Also, bei mir ist jetzt irgendwie noch nichts. Nö, der kommt hier auch nicht. Der ist auch, der ist ja auch lokal auf der Karte. Wenn wir hier an die Wand gehen, haben wir hoffentlich... Ah, ich komme. Das ist die Folge der schlechten Sicht. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Aber echt. Haben wir hier irgendwie an der Wand? Ja, hier ist... Nee, das ist Gesundheitsregeneration. Nee, ich krieg kein Refugium, keine Heimat. Na, komm her, hier. Sonst seht ihr nichts. Oh, oh. Hier, oh, oh. Wir sind wieder mittendrin, Coach, ne? Ja, aber... Ah. Oh. Oh ja, jetzt wird es ja auch ein bisschen... Sandig. Im Auge des Sturms. Couch! Rundfarmkuchen. Tja, wenn jetzt die Nase verstopft ist. Was ist blöder als ein Sandsturm? Schnupfen im Sandsturm. So. Wenn man durch den Mund atmet. Das kenne ich aus, dann immer schön, wenn man mal ins Teichentuch schneitzt. Oh ja. So, da ist der Sturm an uns vorbeigezogen. Sieht recht episch aus hier. Heftig, oder? Cool. Krass, gefällt mir. Finde ich schön. Hier, komm mal mit. Ich folge dir. Oh, großer Coach. Ähm, pass auf. Erzspalte. Warte mal, wo geht ein... Erzspalte ist ja immer interessant. Weißt du? Ja, aber das ist einfach nur runter. Da unten ist aber... Aber wenn du da jetzt runterfällst, dann grüß dich der Postbote morgen nicht mehr. Ne, das ist richtig. Aber dann kommst du hier wahrscheinlich wieder raus. Denk ich. Dann so ein Durchgang zu sein, irgendwie. Ja. Gut, ich komme. Die Frage ist halt, ob es von dort unten, weißt du, wenn ich das jetzt mit der Höhle, die du uns da in der letzten Folge gezeigt hast, vergleiche, Coach, dann ist das ungefähr dieselbe Tiefe. Ob man irgendwie von dieser Schlucht aus... Ne, hier, da ist der Eingang. Das ist der Eingang zum Tempel. Ja, das ist aber die Tiefe. Das passt ja. Naja, das... Geil. Da kommst du rein. Boah, überhaupt, der Platz hier ist doch mal... Das ist ja fett. Gänseblümchen, Moment. Sau cool. Wo sind wir denn jetzt hier? Moment, mal schauen auf der Karte. Ach, so weit da oben schon, okay. Ja, also die Karte scheint größer, als es eigentlich ist. Also wir sind ja jetzt nicht so weit gelaufen. Ne, eigentlich nicht. Ja. Wow. Aber es ist schon cool hier. Hm. Boah, hier könntest du aber auch echt geile Basen bauen, ne? Ja. Beim Wasserfall da vorne allein. Ja. Aber es gibt hier richtig geile Punkte. Wir müssen nochmal umziehen, Xa. Bau nicht zu gut. Ja, bau wieder ab. Aber warte mal, wenn hier gerade Eisen ist, nehmen wir das mit, oder? Wann wolltest du das von hier? Also voll werden wir auch da hinten. Ich würde sagen, dann lass uns lieber noch ein Batschen mitnehmen, oder? Ja, auch. Aber komm, was macht hat man, oder? Ja, aber Eisen voll werden wir da hinten auch. Das können wir eh nicht alles zu zweit schleppen. Ah, was macht hat man? Ne, ist unbelehrbar. Spinne! Ich glaube, ich spinne. Ich korrigiere. Spinne. Okay, ich komme. Bist du wieder zurück, oder was? Durch den Spalt? Okay. Ja. Ich bin da. Du schwebst bei mir übrigens. Ja, aber ich kann... Coach kann fliegen. Ich nehme die rechts. Huch. Ey, ich werde beschossen. Ist wie. Ob die so viel mehr jetzt bringen, wenn du da mit dem... Doch, also ich habe jetzt deutlich regelmäßiger Spinnfäden da rausgekriegt, äh, ein paar Freunde. Okay. Habe ich mich eher nicht abgemüht. Ja, die eine ist runtergeflogen. Ach so, war da eine dritte. Na, egal. Wurscht. Dann gehen wir jetzt wieder zurück, da werden jetzt wieder nachgesprochen sein. Ja, dann werden jetzt auch wieder da, als ich wollte sagen. Die werden ja auch da sein. Mal kurz wegen Stamina drauf achten. Hallo? Äh, ja. Wir hätten gerade so vier Giftbolzen hier langfliegen müssen zu dir. Hätte ich kurz gefeiert. Ja, natürlich. Sind das echt die Spinnen, die da so rumkrähen hier? Na, das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, das eine Vieh da unten, ne? Welches Vieh? Na, da unten in der Höhle, oder? Würde ich jetzt sagen. Der Dings? Der Drachen, meinst du? Ja, ja, glaube ich. Schau mal, kann ich hier noch mehr reinlegen, wenn ich da vorstehe? Müsst du da eigentlich dann reingehen, ja. Ja. Wird er größer? Obwohl. Ich glaube, größer wird er nicht mehr, oder? Wir haben die maximale Größe erreicht. Schade. Ich hätte gern so einen Riesensack, oder? Größer als der Berg. Auch ein ganz toller Titel für die Folge. Ich hätte gern so einen Riesensack. Ja. Die wolltest du nicht, oder? Die habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt. Schön, du hast da irgendwie mehr Glück beim Rausschnetzeln, glaube ich, als ich. Hör doch mal. Äh, noch was? Ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal genug, oder? Also, ich habe nicht so viel. Ich habe 120. Mehr habe ich gar nicht. Echt voll wenig. Naja, boah. Ist ein Anfang. Können wir schon mal zwei Banner mitbauen? Nee, wofür brauchen wir das? Erstmal für die Armbrust, ne? Also, ich kann jetzt, ähm, 56 mal Seide herstellen. Mit dem, was ich habe. Du brauchtest Seide, oder was, Xa? Für die Armbrust, oder brauchst du zu Spinnenseide? Nee, nee, Seide. Die Seide brauche. Ist ja ne Ding. Mit Seide. Der seidene Bogen. Ja. Mit Seide umwickelt. Wo bist du, Coach? Ach, da stehst du noch. Ich wurde nochmal eben von der... Da lässt er wieder seinen Sack fallen. Der Fallsack. So. So lange er nicht über seinen Sack stolpert. Das könnte passieren, wenn der so riesig ist. Achtung, hinter dir. Hinter mir? Ja, auch. Aber ich habe ich. Hinter dir hat mal ich übernommen. Kurz, kurz Regen. Apropos Regen. Also, Regeneration meinte ich ja. Aber, äh, anderes Wetter außer Sandsturm gibt's hier nicht, oder? Cool. Wäre mir jetzt noch nichts anderes aufgefallen. Mir auch nicht. Das mal irgendwie so. Es regnet und dann die Wüste blüht. Das wäre cool. Das wäre so richtig cool. Das ist so ein ganz seltenes Ereignis quasi. Und dann kommt mal Regen und dann wird alles grün, kurz. Für ein paar Tage oder Wochen. So, da oben hätten wir Eisen. Willst du das jetzt auch noch mitnehmen? Wir kommen doch jetzt gleich an unserem Spot vorbei. Ist das nicht der Spot? Nein. Oh. Nein. Oh. Vielleicht ist das Eisen ja schön, aber. Bestimmt. Das war mit Gold durchsetzt. Premium plus Eisen. Ja. Achso, hier sind wir ja erst. Ach du Gott. Ja, doch sind doch ein Stückchen gelaufen. Naja, aber nicht so weit, wie du eigentlich von der Map erst so erahnen würdest. Aber, sie soll ja größer werden. Ja, angeblich soll die bis zu neunmal so groß werden, wie sie jetzt ist. Ach, da brauchst du mal ein Reittier. Ich wäre dafür, dass man so einen Strauß zähmen kann und dann auch so einen Strauß. Zum Beispiel, ja. Oder halt eine Pferde. Ich meine, Wildpferde. So würden ja auch in Steppen und so passen. Also je nachdem, was noch an Biomen kommt. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das... Ich hätte ja lieber einen Nashahn. Nass? Ja, du. Ja. Damit du dich wieder töten kannst. Aber was braucht man sonst ein Nashahn? Durstig bin ich. Okay. Noch habe ich. Aber ich habe nichts mehr zu essen. Ich auch nicht. Aber wir sind vielleicht... Ja, müssen wir relativ bald mal zurück, ja. Muss ich das rohe Fleisch essen. Ja, wenn du volle Gesunde hast, dann geht das auch noch. Ja, denk schon. Ja, stimmt schon. Also das mit Reittieren, das hätte schon was, ne? Also... Ja, jetzt so auf dem das verbaut, das ist es nicht. Ja, trotzdem schön, oder? Also es ist ja nicht so... Ja, klar. Also ich hätte so einen Strauß gehen. Ich finde das noch nicht. Ja, aber diese Vorstellung mit diesen großen Barbaren auf so einem kleinen Strauß. Die schöne Rennstrauß. Ja, der schleift dann mit dem Korb über den Boden und watschelt so von und dann... Plötzlich so kurze Beine. Genau. Ja, ich bin voll. Ich bin auch voll. Ich habe übrigens keine Rüstung mehr, richtig? Die ist ganz schön kaputt. Ganz schön gelitten bei den Spinnen. Bist du schon auf dem Weg, oder? Bin schon runter, die Rampe. Ach, da bist du ja. Ach, ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass noch Pferde kommen. Ist ja auch cool, so Wagen oder Karawanen machen zu können. Oder Kamele werden ja auch gut passend. Kamele würde ich auch geil finden. Ja, so ist das mal richtige Karawanen machen können. Das hätte was. Ich kann gleich die Feuerschale aufstellen. Feuerschale? Den Koch, Pott oder? Die Feuerschale, da wird ja auch das, was du für Stahl brauchst, wird ja da auch hergestellt. Und auch die Heildränke, oder? Und die Heildränke. Ich glaube, Aloe haben wir noch kaum. Ja, wir haben auch... Ein bisschen soll ja noch da sein. Ja, so 40 Stück haben wir, also kriegst du erst mal ein bisschen was aus. Äh. Ich hab den angepiekt und der hat mich ignoriert. Bin schockiert. So, jetzt kommen wir zurück in die ganze Basis. Es ist fertig gebaut. Zumindest erwarte ich das. Äh. Trau dich nicht mit weniger um die Ecke zu kommen, Xa. Äh. Äh. Ich, äh. Ich glaube, ich hole noch ein bisschen Eisen. Was? Ich will uns verarschen, hier. Was hast du denn schönes gebaut? Äh. Ich hab die Schmiede jetzt schon fertig. Und, äh. Ja. Zementier hier hinten auch ein bisschen den Boden. Weil ich nicht so... Hättest du das für Faulen gemacht, während wir hier unterwegs waren? Äh. Was soll denn das ja? Ja. Was wohl? Das... Das hier mir auch noch faul halt unterstellt. Schön die Füße hochgelegt. Also, äh. Ein tausend Tode. Na gut, nur ein Tode gestorben. Aber... Also, äh. Bei mir war es hauchdünn. Also, ich bin ja wirklich auch fast umgekippt. Aber... Noch ging's. So. Aber du darfst, äh. Dann jetzt am... Am... Äh. Brüste bauen, ne? Juhu. Am Brust... Ja, du darfst jetzt Brüste bauen. Darf ich jetzt... Darfst jetzt Brüste bauen. Darfst jetzt Brüste bauen. Brüste bauen. Du darfst Arme an Brüste bauen. Ja, auch okay. Also, diese Folge könnt ihr langsam nicht mehr... Äh. Geht nicht mehr genau zu reden. Das ist einfach durch. Das ist fertig. Wir können ganz arme Brüste... Ich hätte eigentlich lieber reiche Brüste, muss ich sagen. Aber okay. Wegen mir auch arme Brüste. Jetzt schauen wir uns gleich mal in Ruhe. Wenn ich mich hier ausgeleert habe... Ach, das klingt alles falsch. Wenn man irgendwie damit anfängt. Alles falsch. Das ist furchtbar. Aber schauen wir uns mal in Ruhe an, was Xard da gebaut hat. Sieht cool aus. Sieht schön aus. Den kann man bauen lassen, den Kerl. Den Seitenhieb haben wir verstanden. Dann ist ja gut. Glaublich. So einen Schornstein müssten wir irgendwie noch reinbringen. Ja, habe ich mir auch überlegt. Und das Dumme ist auch, die Säule hier, die ist bei näheren Betrachten gar nicht so tragend, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ja. Willst du vielleicht vorne noch so eine Decke reinziehen? Ich wollte sie eigentlich durchgehen lassen, aber da meckert er dann. Da kann ich kein Dach drüber setzen. Das stimmt. Also von außen sieht es gut aus. Ja, ja. Von außen sieht es gut aus. Aber sobald reingehst... Wirkt ein bisschen lächerlich von denen. Und wenn du da jetzt noch eine draufsetzen, dann passt das auch nicht, oder wie? Ne, also so kann ich jetzt keine draufsetzen. Und wenn ich das Dach wegreiße und die Säule durchbaue, kann ich das Dach nicht mehr drüber platzieren. Das ist ein bisschen, ja, doof. Pico-Säule, ja. Ja, ja. Ja, das kann man da machen, nix. Also ich kann halt vorne eine Wand setzen oder so, oder eine Tür haben, aber das sieht halt irgendwie auch komisch aus. Optische Täuschung. Jo, eine nichts tragende Säule. Hm. Ich glaube, dann hier so eine Reihe reinzubringen, ist, glaube ich, gar nicht so blöd, oder? Dann eine Säulein-Reihe vorne runter. Oder? Obwohl, das sieht dann auch blöd aus, wenn es dann dahinter keine ist. Oder man macht darauf dann die Kisten. Könnte höchstens halt hier eine Reihe Säulein-Reihen ziehen. Sieht vielleicht auch ein bisschen komisch aus, aber... So, bis zur Mauer hinten, äh, bis zur Wand hinten, also bis zur Felsen. Ne, also pass auf, wenn ich die jetzt so hinsetzen würde. Ja, ja, so, und jetzt ist nur die Frage, zu dir oder nach von rechts nach links noch eine? Ne, das ist schön, die zur Wand hätte ich dir gesetzt. Oder? Hm? Also jetzt hier noch eine. Zu dir, ja. Genau, ja. Ja, das ist, ja, beziehungsweise zwei wahrscheinlich noch, dass es dann zu, zu, äh, Dings geht. Das könnte man eigentlich machen und dann könnte man da oben drauf, äh, Kisten auch stellen. Dann wäre so ein Lager in der Mitte, so, ne? Könnte man machen, ja. Dann hätte man das noch irgendwie genutzt. Dann ist es fast eine Überlegung, hinten noch eine Säule zu machen. Obwohl, die ist dann schon in der Mauer. Äh, ne, da dürfte ich noch eigentlich hingehen. Ich muss noch kurz nochmal Steine holen. Das ist vielleicht besser als so eine Blindsäule. Das ist so. Nochmal, rentiert sich Conan als Neueinsteiger noch? Ja, wieso noch? Also, äh, das, äh, das Spiel ist ja gerade erst raus. Also, es rentiert sich auf jeden Fall als Neueinsteiger. Ähm, da man damit immer noch zu denen gehört, die das Spiel von Anfang an dann spielen und, und, und sehr viel mitbekommt. Auch die ganzen Updates, die dann jetzt noch nachkommen. Man muss halt schon ein klein bisschen Bug-Toleranz mitbringen. Ja, es ist schon noch hier und da hat man halt noch ein paar, paar Sachen, die, äh, oh, die nicht so funktionieren, wie sie sollen. Ah, da. Die nicht so funktionieren, wie sie sollen, aber an sich ist es, also, uns macht's schon Spaß. So kann man das, denke ich mal, schon sagen. Ich spreche da jetzt einfach mal für uns. Ich hoffe, das passt. Ja. Jojo. Im Moment sind ja auch so die letzten Katastrophen-Bugs, die sie so drin hatten, die sind ja jetzt auch momentan raus. Also, die so extrem genervt haben. Ja, diese, diese, äh, also das finde ich jetzt geil, wenn ich das nochmal kurz vorlesen darf. Laut Steam hat man aktuell schon wieder eher wenig Spaß bezüglich Raids. Äh, nochmal, das Spiel ist jetzt zwei Wochen draußen. Man muss ihm doch auch mal ein bisschen Zeit geben, oder? Ja, gut, ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Problem ist, wenn du auf einem offiziellen Server unterwegs bist und dann halt dort einige große Clans unterwegs sind und die Basen dann halt einfach kaputt reden. Also, ich, ich selbst, ich, ich habe nie und ich werde nie bei solchen Spielen auf offiziellen Servern irgendwie großartig zocken, ähm, weil das einfach bei jedem, ob das jetzt Ark ist, ob das Rust ist, ob das eben Conan ist oder irgendein anderes Spiel dieser Art, ähm, die Probleme sind immer gleich bei, bei PvP, offiziellen PvP-Servern. Da sind immer ein paar große, die das Ganze dann, äh, beherrschen und die dann irgendwie, sie auch noch, äh, beziehungsweise halt auch in, äh, 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 entsprechend Zeit reinstecken. Ja, Zeit reinstecken, aber dann irgendwie auch komischerweise Spaß haben, jedem anderen den Spaß am Spiel zu verderben. Ja, es gibt ja dann, also, es gibt ein paar natürlich, die beherrschen das und machen das vernünftig, das möchte ich jetzt gar nicht sagen und die stecken viel Zeit rein und sind auch zu Recht dann entsprechend große Clans, aber dann gibt's halt auch welche, die meinen dann irgendwelche Spawnpoints belagern zu müssen oder, äh, die kleine Popelbasis, die grad, sowas, was wir hier haben, weißt du, so ein Haus mit nix, einfach dann kaputt zu hauen, äh, nur einfach, weil sie es können, ähm, ja. Ja, aber das liegt ja auch einfach daran, das liegt ja einfach daran, dass die, das sind, das ist dann so ein großer Clan, alles andere haben, die, die haben dann gar keine andere Beschäftigung mehr, als so eine Scheiße dann zu machen. Ja, aber ich find das halt faszinierend, dass das binnen zwei Wochen passiert. Das kannst du bei jedem Spiel schaffen, binnen ein, zwei Wochen soweit zu sein, dass du irgendwie keine Inhalte mehr findest, weil, weil du halt gleich so viel reinstellst. Dann macht man sich doch den, Entschuldigung, meiner Meinung nach, macht man sich den Spaß am Spiel doch total selbst kaputt. So, so seh ich's auch, ja. Und dann, und dann fängt man doch, dann ist doch die nächste Konsequenz, man fängt an, da drüber zu nörgeln, dass der, ähm, Spielehersteller keine Inhalte nachliefert, obwohl es eigentlich vielleicht ein vernünftiges Maß an Inhalten ist. Ja, ja, es ist, es ist, es ist richtig, ja, ja, es stimmt schon, diese Probleme sind halt, ist halt nix Neues. Das ist halt, wie gesagt, bei jedem Spiel wieder gleich. Deshalb, um dann jetzt das abzuschließen, ähm, einen eigenen Server machen, oder wenn man erstmal nicht mit anderen zusammenspielen will, ist das Spiel auch lokal im Einzelspieler sehr, sehr, sehr herausfordernd, um das mal vorsichtig zu sagen. Es ist echt sackschwer. Ja, und, ähm, ansonsten halt auf einen kleinen privaten Server, oder einfach auf unseren Community-Server. Conan, äh, ähm, ja, na, wie heißt's? Conan.frag mal die Kia, die Poste. Ja, ich hab jetzt gerade überlegt, weil die Folge ja auf YouTube kommt, aber, ähm, wir haben hier im Stream immer die Bewerbung, falls ihr das auf YouTube seht, eventuell habt ihr noch Glück und könnt euch auch noch bewerben. Ansonsten, ähm, einfach bei den Streams reinschauen. Und, ähm, da ergeben wir dann die Plätze für den Community-Server. So. Und das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ach was! Hab ich doch gewusst. Sehr schön. Nee, genau. Passt. Wirklich. Ähm, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Äh, ich hoffe, Xa hat jetzt genug Spinnenseide, um dann die Armbrüste zu bauen. Die Armbrüste, die Armenbrüste zu bauen. Und, äh, dann gehen wir in der nächsten Folge mit den Armenbrüsten zu den... Ach, ich lass es. Nur den Krokodilen, dann hauen die weg. Damit die nicht mehr so arm dran sind. Genau. Also. Aus der Folge mit den Riesensäcken, den magischen Säcken, den Armen und den reichen Brüsten verabschiede ich mich. Macht's gut, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.